Hallo ihr Lieben, ich bin sie, eure Carina von BigMade. Heute sind wir nicht in meinem Nähzimmer, sondern wir sind am Aachensee. Wir machen nämlich heute Fotos von dem Outfit. Ich habe euch ja versprochen, dass ihr euch schon mal mitnehmen, zum Fotos machen. Und heute haben wir sogar eine Drohne dabei. Der liebe Wolfi Thaler ist mit. Danke, lieber Wolfi, der macht die coolen Fotos und die Drohnen wieder. Sie sind gespannt und so wert. Und ja, schauen wir mal. Viel Spaß. Der See ist aber wunderschön. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020